Waren wir gerade noch in dem Viertel unterwegs, das ist richtig so ein abgewracktes Viertel, das hat man gestern gar nicht so gesehen, als wir da im Dunkeln geparkt haben. Und auch alle, die hier so wohnen und auch die Polizisten meinten, es gibt keinen schlechteren Ort, als ein Auto abzustellen. Ja, und wir Deppen checken es halt wieder nicht. Es ist, wie es ist, es ist scheiße. Aber wir können es jetzt halt auch gerade nicht ändern und müssen halt das Beste daraus machen und vor allem müssen wir daraus lernen. Ja. Boah, nassdias, Leute. Heute mal ein etwas anderes Thema von uns. Wir haben lange überlegt, ob wir dieses Video erstellen sollen, weil wir ja eigentlich als totale Deppen dabei wegkommen. Ja, also es geht um unsere erste negative Reiseerfahrung, die wir gemacht haben. Aber natürlich gehört das genauso zur Reise wie all die schönen Impressionen, die wir euch sonst zeigen. Und deswegen wollen wir euch das jetzt auch nicht vorenthalten und deswegen geht es heute um unseren Einbruch in Barcelona. Ja, wir sind jetzt hier in Barcelona angekommen. Es ist recht frisch und kalt und die Stadt ist total voll. Aber wir wollen uns hier nicht auf den Stellplatz stellen, den es im Stellplatzführer gibt, weil da steht selbst schon drin, dass der ist schäbig sein soll. Und andere Reiser haben uns davon auch abgeraten. Und der ist auch noch voll teuer, wie 30 Euro für gar nichts, nur dass du da parken darfst. Und jetzt suchen wir halt hier einen öffentlichen Parkplatz und haben auch einen gefunden. Hier ist ein öffentliches Parkdeck. Ist total voll ohne Ende. Die haben auch alle super Beulen, die Autos hier. Und wir haben uns jetzt da eine Parklücke gequetscht, fühlen uns da aber auch sehr unwohl, sage ich mal, weil unser Wagen da rausragt vorne. Und da fahren die bestimmt bald alle gegen. Und dann haben wir gesehen, da unten ist ein viel coolerer Parkplatz, wo auch noch viel mehr Platz ist. Und ich glaube, wir werden jetzt da runterfahren und uns da nochmal ein Plätzchen suchen. Wir wollen nämlich heute auf jeden Fall umsonst campen sozusagen oder umsonst stehen, weil die letzte Nacht uns 25 Euro gekostet hat. Und ja, wir versuchen das immer so im Wechsel zu machen, dass wir alle zwei Tage oder alle drei Tage eine warme Dusche haben und dann aber wieder umsonst stehen. Und ich glaube, dass da unten wird heute Nacht unser Lager werden. Aber ich glaube, hier stehen wir ein bisschen sicherer. Eigentlich sieht es ganz nett aus hier. Sieht es ganz nett aus hier. Sieht es ganz nett aus hier. So Leute, worst case ever. Unsere erste Nacht in Barcelona auf so einem unbewachten Parkplatz, dämlich wie wir sind. Haben wir unser Auto hier abgestellt. So, jetzt ist es aufgebrochen. Die Fahrerscheibe ist eingeschlagen. Komplett durchwühlt. Ich weiß, man sieht es gerade nicht so gut, weil das Licht scheiße ist. Alles durchwühlt. Und das Schlimmste ist eigentlich, wir dachten zuerst, die sind nicht in die Kabine reingekommen. Wir sind auf jeden Fall hier durchs Rückfenster reingekommen. Wir haben Schraubenzier aufgebrochen. Guckt euch dieses Chaos an. Die haben wirklich alles, jede Schublade, jede Klappe durchwühlt. Das Schlimmste ist, auf jeden Fall ist hier komplett meine Kameraausrüstung drin gewesen. Alles weg. Alles. Inklusive für alle Kameras, die wir dabei haben. Ladegeräte, Kabel, alles. Hier alles durchwühlt, hier rausgerissen. Liegt hier auf dem Boden. Alle Klamotten aus dem Schrank raus. Das komplette Bett durchwühlt, wo unser Lapp unter der Matratze lag. Ist weg. Richtig, richtig scheiße. Weil, ihr weißt doch, wir wollten uns einfach nur einen einzigen Tag in Barcelona hier gönnen. Morgen eine schöne Stadtrundfahrt machen, uns alles angucken. Und heute Abend einfach nur noch, weil wir total fertig sind. Ja, einfach nur gemütlich jetzt hier noch einen Camper sitzen und uns gleich ins Bett legen. Und es ist einfach mal alles kaputt hier drin. Kaputt. Sodass wir jetzt, ja, keine Ahnung, Polizei rufen, wobei das wahrscheinlich eh nichts bringt. Und ja, dann uns ans Aufräumen machen können. Ich könnte so kotzen. Ich meine, irgendwie sind wir auch selber schuld, dass wir uns hier an so einen unbewachten Parkplatz stellen. Aber dass du einfach mal zwei Stunden in die Stadt gehst, um was zu essen und wiederkommst. Und das komplette Auto ist leergeräumt. Das ist, das ist mal heftig. Aber vielleicht auch eine Lektion für die weitere Reise. Definitiv. Jo. So, Chris ruft gerade Polizei. Mal gucken, wie dort weitergeht. Wir stehen hier gerade schon bei der Polizeistation. Glaubt zwar nicht, dass die jetzt viel machen können und uns irgendwie helfen. Aber irgendwie versuchen muss man es ja. Ja, wir sind wirklich zu doof, ne. Also in so einer Big City auf einem unbewachten Parkplatz sein Auto mit so viel Wertsachen stehen zu lassen, ist wirklich, wirklich, wirklich dämlich. Muss man echt sagen. Wir waren mal wieder zu gutmütig. Haben gedacht, ach komm, passiert schon nichts, ne. Tja. So sieht es aus. So, hier durften wir heute Nacht dann stehen, nachdem das von der Polizei alles aufgenommen wurde. Der Diebstahl und alles. Ja, wie gesagt, wir dürfen uns dann halt hier vor die Polizeistation stellen. Weil wir können ja auch nicht weiterfahren ohne Glas in der Scheibe. Also, ja, der Morgen danach sozusagen, ja. Wir haben gestern Nacht noch bis vier oder fünf Uhr morgens das Auto von innen aufgeräumt. Ich in der Kabine und Chris hier vorne im Fahrerbereich. Es war ja alles durchwühlt und alles auf den Boden geschmissen, alles rausgerissen. Alle Klamotten lagen auf dem Boden. Alles, was in den Schränken war, alles war auf dem Boden. Also, wir mussten halt alles sortieren. Naja, und auch alle Wertsachen weg, die wir im Auto gelassen haben. Wir haben halt so, ich sag mal, die Hälfte der Wertsachen dabei gehabt, mitgenommen in die Stadt. Und die Hälfte im Auto gelassen, weil alles kann man nicht am Mann tragen. Wie man es macht, hätten wir alles mitgenommen. Wären wir vielleicht in der Stadt ausgeraubt worden. Hätten wir alles im Auto gelassen, wäre jetzt alles weg. Also, wir haben jetzt noch so die Hälfte, aber was weg ist, ist meine komplette Kameraausrüstung, Profi-Ausrüstung. Schon alleine die ist, glaube ich, so um die 6.000 bis 7.000 Euro wert mit ganzem Equipment, mit Stativ, mit verschiedenen Objektiven, mit Ladegeräten, mit DCN. Alles dabei so ungefähr 6.000 bis 7.000 Euro. Ja, was noch weg ist, ist Chris' Laptop, der große Laptop, den wir uns gerade vor der Reise neu gekauft haben, um Videos zu schneiden. Mein Portemonnaie ist weg. Zum Glück nicht meine Kreditkarte, die hatte ich dabei, aber das Portemonnaie, war auch kein Bargeld drin. Es ist trotzdem ärgerlich, so Führerschein und sowas, muss man dann nochmal neu beantragen. Ja, was ist noch weg? Unser Medikamentenkoffer, da haben wir natürlich akribisch vor der Reise so eine Reiseapotheke zusammengestellt. War auch so ein Wert, ich glaube, von 200 Euro oder 200, 300 Euro. Auch so ein paar Antibiotika dabei für den Fall der Fälle und wirklich so akribisch alles zusammengestellt. Das ärgert mich auch richtig. Komischerweise auch Lebensmittel. Also wir hatten ja viel Lebensmittelvorrat dabei, viele Tüten so hinterm Sitz gestopft. Sah jetzt eigentlich gar nicht wertvoll aus. Auch die ganzen Lebensmitteltüten sind weg. Chris' Werkzeugkoffer ist weg. Also so für Autoreparaturen haben wir jetzt nichts. Unser GPS-Satelliten-Tracker, Spotty, ist weg. Das E-Book ist weg. Chris' Taucher-Taschenlampen sind weg. Auch richtig teuer. Ja, was sie komischerweise oder zum Glück natürlich nicht mitgenommen haben, sind so Sachen wie Papiere, Ausweise, Dokumente. Ist alles noch da. Weiß nicht, ob das Berechnung war, dass sie gesagt haben, ach, das lassen wir den Arm schnuckeln mal. Oder ob sie einfach gar nicht interessiert dran waren. Auf jeden Fall ist noch alles da in Ausweisen und so. Also wir hatten teilweise natürlich auch am Mann, also dabei. Aber alles Doppelte sozusagen im Auto ist noch da. Und so Festplatten, wo wir unsere Daten drauf gesichert haben, sind noch da. Eine hatten wir auch mit und eine war im Auto. Die haben sie da gelassen. Vielleicht auch gnädigerweise, ich weiß es nicht. Ja, also es ist ganz merkwürdig. Achso, unsere Kulturtaschen sind auch weg. Also ganz merkwürdig. Da ist ja nun gar nichts von Wert drin. Also da war jetzt nicht mal teures Parfum oder Make-up oder so drin. Aber es ärgert mich richtig auch. Also auch wenn es jetzt kein Wert ist in dem Sinne. Aber jetzt hast du einfach keine Zahnbürste, so, weißt du, so total dämlich. Und ja, also wir haben jetzt mal grob überschlagen, was so an Wert weg ist. Einfach was sozusagen geklaut ist an Wert, ist um die 9.000 Euro tatsächlich. Oder sogar mehr. Also ganz genau kann man das halt schlecht schätzen. So was Lebensmittel, keine Ahnung. Aber jetzt so an wirklich Wertsachen, an Technik und so sind ungefähr 9.000 Euro weg. Das tut schon natürlich alleine weh, aber auch einfach, was noch mehr weh tut oder auch einfach nervt, ist die Lauferei jetzt zu Carglass das zu reparieren. Das kostet auch nochmal 150 Euro. Dann ja, so was wie Führerschein nachbestellen, also neu beantragen. Bei der Versicherung Bescheid sagen, ja, jetzt zusehen, wie wir mit einem Laptop zurande kommen, weil wir ja auch immer parallel dann arbeiten und schneiden und arbeiten wollen. Ja, schon alleine, wie ich weiterhin Fotos mache. Klar, ich habe hier diese kleine Kamera, mit der ich euch das hier gerade aufnehme, aber so als Profifotografin befriedigt das dann auch nicht so richtig. Ja, also der Wert, also der finanzielle Wert der Dinge, der tut schon richtig weh, aber eigentlich der Nutzen, den wir davon haben, von diesen Dingen, der tut noch viel mehr, oder den wir jetzt nicht mehr haben, der tut jetzt noch viel mehr weh. Und den Stress und die Zeit, die wir jetzt mit so einer Scheiße verbringen müssen. Naja, auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal zu Carglass und kriegen ein Provisorium an Scheibe, damit wir nicht ganz ohne Scheibe nach Madrid fahren müssen. Ja, das hier von Carglass ist echt ein guter Service, hätte ich nicht gedacht. Also mitten in der Nacht haben wir jemanden da erreicht, die konnten auf Englisch sprechen, die haben alles für uns gemanagt, die haben sich dann heute Morgen gemeldet, gesagt, wo hier die nächste Filiale ist. Und dann meinten die, ja, die Scheibe, die müssen sie noch bestellen, das dauert dann einen Tag. Dann habe ich gefragt, ja, können wir das so machen, hier in der Filiale bauen wir das Provisorium ein. Und dann in Madrid, also 700 Kilometer weiter, dann die richtige Scheibe, die hast du überhaupt kein Problem, das können wir so machen halt. Das war eine richtig bittere Lektion, gerade am Anfang der Reise und das tut auch ganz schön weh. Aber es ist natürlich auch Teil der Reise, es gehört natürlich auch dazu, sowas Negatives. Also die ganze Nacht über haben wir ja noch aufgeräumt, bis 5 Uhr morgens oder so. Und ihr könnt euch vorstellen, da war das so richtig so ein Kopfkino. Man hat immer überlegt, was hätte man anders und besser machen können, wie hätten wir es verhindern können, wenn wir es so gemacht hätten, was wäre dann passiert. Also hat wirklich so alle Möglichkeiten so abgewegt und hat sich so richtig verrückt gemacht. Egal, wie gut wir diese Sachen, unsere Wertsachen jetzt zum Beispiel versteckt hätten in der Kabine. Also die haben jedes Versteck, sogar die Verstecke, die wir gar nicht als Verstecke benutzt haben, aber die in Frage gekommen wären, haben die alle durchsucht. Die haben hinter den Verkleidungen, die haben was abgerissen, hintergeguckt und so. Also natürlich auch was kaputt gemacht, ganz klar. Aber die hätten, die haben eigentlich alles wirklich fein säuberlich durchsucht, durchkämmt, die haben alles entdeckt. Und das waren Vollprofis und da hätten wir gar nicht so gut was verstecken können. Und auch hätten wir zum Beispiel jetzt ein Tresor oder so gehabt, mal als Beispiel, dann hätten die den halt echt rausgerissen. Oder wären so gefrustet daran gewesen, dass sie da nicht rankommen, dann hätten sie es vielleicht aus Frust noch mehr kaputt gemacht. Und der Schaden wäre vielleicht noch größer geworden. Und komischerweise bei diesem Vorfall war von Anfang an, haben wir irgendwie nicht so gedacht, oh Gott, diese Schweine, die haben uns das angetan, die haben uns so viel geklaut. Sondern wir haben einfach immer nur gedacht, wie dämlich sind wir eigentlich. Also wie dumm kann man sein, sein Auto da abzustellen und sich alles klauen zu lassen. Das war so ganz prägnant irgendwie. Und auch bis jetzt irgendwie bin ich jetzt gar nicht so sauer auf die Schweine, die uns das geklaut haben. Sondern es war eigentlich klar. Es war eigentlich klar und wir sind wirklich selber schuld. Es gab natürlich auch genug Vorzeichen. Darum ärgern wir uns ja auch noch umso mehr. Es gab halt Vorzeichen, die wir gar nicht beachtet haben. Zum einen das Bauchgefühl irgendwie hatte ich schon so nicht so ein gutes Gefühl. Ich meinte zum Beispiel noch zu Sonja, ja nimm die Kamera mit, auch wenn du keinen Bock hast, die komplette Ausrüstung, die ist ja auch schwer mitzuschleppen. Nimm einfach nur die Kamera und ein Objektiv mit, pack das in den Rucksack einfach rein, fertig, los. Nein, die packe ich doch nicht in deinen Rucksack ungeschützt rein, dann zerkratzt die und das geht nicht. Wir waren eh schon ein bisschen unter Spannung, weil wir lange gefahren sind und Hunger hatten und los wollten. Und, ähm, ja, dann meinte Sonja, nee, mach ich nicht, nee, dann meinte ich noch gleich zurück, äh, ja, nee, lässt du dir lieber gleich klauen und so. Also so, das waren schon so diese Vorahnungen, sag ich mal. Und wir haben nicht drauf geachtet oder alleine der Platz irgendwie meinte ich noch, guck mal, das sieht hier aus wie so ein Platz. Da haben wir eine Fernsehserie hier geguckt zum Beispiel. Ähm, da haben welche ein Auto abgestellt, um das geklauen, äh, klauen zu lassen für die Versicherung sozusagen. Da meinte ich, ey, guck mal, so sieht das hier aus, wie in dieser Serie. Aber wir haben das nicht auf uns bezogen, wir haben es gar nicht gecheckt irgendwie. Ja, so im Nachhinein, als wir das alles wirklich nochmal so resümiert haben und durchgespielt haben, da kamen ganz viele solcher so Momente, die uns hätten aufhorchen lassen müssen oder achtsamer werden lassen müssen für diese Situation. Aber wir waren so, ja, mit uns beschäftigt und so ein Brett vorm Kopf, dass wir diese Zeichen einfach überhaupt alle nicht wahrgenommen haben, ne? Also ganz, ganz merkwürdig. So im Nachhinein gesehen war es klar, dass das passieren musste. Und, ähm, das ist auch wirklich so ein Gefühl, das musste so passieren. Und, ähm, das, ja, wie so ein Wink vom Schicksal oder so, oder so eine Lektion vom Schicksal, die wir einfach jetzt zum Anfang der Reise offensichtlich lernen mussten. Und die musste auch so schmerzhaft sein, wie sie jetzt war. Also so, so einen materiellen Verlust wirklich, aber so einen richtig krassen materiellen Verlust. Weil wenn jetzt, ich sag mal, nur das Handy weg gewesen wäre oder so, hätten wir vielleicht nicht so viel draus gelernt. Hätten wir gesagt, ach, unser armes Handy, äh, okay, neues gekauft und gut ist. Diesen Verlust, den wir jetzt hatten, den können wir jetzt nicht neu kaufen, machen wir halt kein Geld zu. Nee. Und deswegen tut es natürlich umso mehr weh. Ähm, aber wie gesagt, wir mussten diese Erfahrung irgendwie machen. Ich glaube, einerseits, um eben, klar, daraus zu lernen und unsere Konsequenzen zu ziehen. Und eben auch, um uns in der Zukunft zu sensibilisieren, um uns vor Schlimmeren zu bewahren. Weil schließlich hätten auch wir zu Schaden kommen können. Paradoxerweise, und das ist so der dritte Punkt, wo wir glauben, das sollte so passieren. Und das hört sich jetzt wirklich paradox an, aber irgendwie fühlt es sich auch so an. Wir wurden so ein bisschen von Ballast befreit. Von materiellen Ballast, der viel wert ist. Natürlich haben wir all diese Sachen, die wir dabei haben, nicht mitgenommen, ja, weil wir jetzt zeigen wollen, was wir für eine geile Kameraausrüstung haben, sondern weil es ja wirklich Arbeitsmaterial von uns ist. Wir haben wirklich jedes Teil, was wir mithaben, weil wir wenig Platz im Camper haben, auch sorgfältig ausgewählt, nehmen wir das mit oder nicht. Also wir haben uns wirklich schon sehr reduziert. Aber das, was wir mit hatten, das war uns auch wichtig und das wollten wir auch dabei haben. Und trotzdem wurden wir jetzt um noch mehr Ballast, sage ich jetzt mal, befreit. Das heißt, wir haben jetzt mehr Platz im Auto. Das hört sich jetzt voll doof an, aber irgendwie ist es halt so. Und wir wurden auch um halt, wie gesagt, diesen materiellen Ballast befreit. So, das wäre jetzt, ja, ich muss jetzt zum Beispiel, wenn man es jetzt wirklich mal positiv sehen will, keine Angst mehr haben, dass meine Kameraausrüstung geklaut wird, ne? Weil ich habe keine mehr. Genau, ich wurde sozusagen von dieser Angst befreit. Ist total paradox. Manche Sachen sind auch entbehrlich, zum Beispiel mein E-Book, ne? Das ist so nice to have. Ein E-Book ist ganz cool, nimmt keinen Platz weg, hast du tausend Bücher drauf. Aber es ist jetzt auch nicht so dramatisch, wenn es weg ist. Ich habe ja noch genug normale Bücher mit, da kannst du eins von abkriegen. Genau, also Bücher kann man halt auch so lesen, das geht noch, ne? Was schon mehr weh tut, zum Beispiel, ist halt so die technischen Sachen. Also bei mir ist zum Beispiel der Laptop einfach, weil der Laptop, den habe ich täglich benutzt zum Videoschneiden, zum Recherchieren und einfach für alles Mögliche. Das tut halt weh. Ja, vor allem gerade bei dem Laptop und auch der Kamera, weil es einfach unser Arbeitsmittel ist. Das ist jetzt nicht einfach nur nice to have, sondern weil wir arbeiten ja damit, ne? Und wollen auch später unser Geld damit verdienen, also als Fotografin oder so auch einfach, ne? Oder auch gerade mit dem Laptop jetzt, um die Videos zu schneiden. Wir machen das ja normalerweise parallel. Und ja, ihr habt vielleicht gemerkt, es kommt jetzt leider alles so ein bisschen zeitverzögert, weil wir einfach gar nicht mehr hinterherkommen, wenn nur einer schneiden kann. Natürlich auch noch mit dem langsameren, kleinen Laptop, den wir jetzt zwar noch haben zum Glück. Aber ja, also man kann nicht mehr so die Arbeitsaufteilung machen wie vorher. Das ist schon sehr beeinträchtigt. Deswegen haben wir gesagt, okay, Laptop müssen wir auf jeden Fall neu holen. Bei meiner Kameraausrüstung ist das schon wesentlich schwerer, weil sie einfach wesentlich teurer ist. Seit meiner Ausbildung 2003 habe ich das erste Mal in meinem Leben eine komplette Grundausstattung an Profiausrüstung von der Kamera gehabt. Und ich war mega stolz drauf und habe mich so gefreut auf diese Reise, damit ich endlich die auch mal einsetzen kann. Weil klar, so zu Hause im Alltag noch, da hatte ich wenig Zeit zum Fotografieren. Und jetzt wollte ich so richtig losstarten und hatte so richtig Bock, diese Reise in Bildern und Video zu dokumentieren. Und ihr habt ja auch einen Teil schon davon gesehen und habt ja auch gesagt, wie toll die Videokwalität teilweise ist oder Fotokwalität. Und das hat mir so richtig Spaß gemacht. Und das reißt dann jetzt schon so den Boden unter den Füßen weg, wenn einfach mal die ganze Ausrüstung weg ist. Weil das ist eben nichts, was man eben nachkaufen kann. Ich habe jahrelang dafür gespart, um mir das alles zusammenzusuchen. Und ja, hatte so die Basics jetzt einfach zusammen und es ist alles weg. Wenn jetzt nur ein Objektiv weg gewesen wäre, hätte man gesagt, okay, ich fotografiere nicht den anderen Objektiven oder ich kaufe mir ein Objektiv nach. Aber alles zusammen war etwa 7.000 Euro. Und das ist einfach unmöglich jetzt für uns, das, weißt du, also in Ansatzweisen nur irgendwie neu zu kaufen. Selbst gebraucht würde das mehrere tausend Euro kosten. Und das zieht einem jetzt schon so den Boden unter den Füßen ein bisschen weg. Und das merke ich natürlich auch täglich einfach, weil ich immer, wenn ich eine schöne Situation sehe, die ich einfangen möchte, daran erinnert werde, dass ich das jetzt nur noch mit dieser kleinen Kamera machen kann, die natürlich längst nicht die Möglichkeiten hat wie einfach eine Profi-Ausrüstung. Und ja, da müssen wir einfach schauen, wie wir das denn in Zukunft, oder ja, wie wir einfach damit umgehen. Weil das ist schon scheiße, wenn man damit sein Geld verdienen will. Ja, aber trotzdem hatten wir Glück im Unglück, weil wir haben halt, wir haben schon einen großen Verlust gehabt, aber es hätte ja noch schlimmer kommen können. Also das Auto ist noch da. Die Sachen, die kaputt sind am Auto, die kann man reparieren ohne richtig großen Aufwand. Also die haben jetzt nicht alles total demoliert oder so. Und dann haben wir noch eine Basic-Ausrüstung, die wir halt mit hatten. Also wir haben noch beide Handys, wir haben jetzt einen kleineren Laptop, die kleinere Kamera, die GoPro und ein kleines Mikrofon. Also wir haben halt noch so eine Basic-Ausstattung und das Auto auf jeden Fall. Und das funktioniert alles noch. Und vor allem, also das Allerwichtigste, dass uns vor allem auch nichts passiert ist. Also es hätte, wie gesagt, schon echt schlimmer kommen können, wenn wir das mitgehabt hätten und dann eben ausgeraubt worden wären. Weiß man ja auch so, wie das ablaufen kann dann. Ja, oder wenn wir im Auto gewesen wären. Also von daher wirklich Glück im Unglück. Uns ist nichts passiert. Es ist ein rein materieller und emotionaler Verlust schon auf jeden Fall. Also die Kamera ist ein, für mich zumindest, also nicht nur ein materielles Ding, was viel Geld kostet, sondern wirklich etwas Emotionales. Weil ich damit ja auch Impressionen einfangen möchte und es einfach meine Leidenschaft ist. Also da hängen schon Emotionen auch dran. Ja, wir möchten uns jetzt aber nicht nur auf die negativen Aspekte konzentrieren und gerade der negativen Energie so viel Raum geben und Aufmerksamkeit schenken. Weil dadurch gelangt man nur zu Verbitterungen und das bringt einfach gar nichts. Und eigentlich versuchen wir wirklich, auch wenn es einen immer mal wieder so berührt oder so, wirklich auf die positiven Sachen zu konzentrieren. Und eben auch, was wir auch nicht machen wollen, ist uns sozusagen so angsterfüllt, jetzt weiterzureisen. Also wir merken das zwar jetzt teilweise wirklich auch schon, dass wir ja schon so eine gewisse Angst haben. Wir gucken zum Beispiel jeden Tag, wir sind jetzt hier in der Ferienwohnung, eigentlich ja sicher, aber trotzdem, wenn wir weggehen, schließen wir doppelt ab, machen die Rollläden runter, verstecken unsere Wertsachen, gucken jeden Tag, ob unser Auto noch vor der Tür steht oder nicht. Also so, das ist schon so drin, das sitzt irgendwie schon ganz tief irgendwie. Aber wir versuchen da, wie soll ich sagen, ja eine gesunde Balance zu finden. Zwischen einerseits natürlich vorsichtiger zu sein, sensibler zu sein, aber eben auch nicht so ängstlich und skeptisch und pessimistisch jedem und jeder Situation gegenüber zu treten. Weil dann darf man nicht reisen, wenn man alles nur negativ sieht und jedem misstraut, dann darf man einfach nicht reisen, weil dann hat das keinen Sinn. Sondern wir wollen trotzdem auch offen noch auf Leute zugehen und auch Leuten vertrauen. Aber wie gesagt, einfach jetzt ein bisschen achtsamer. Mehr auch auf unser Bauchgefühl hören. Ja, das ist auch ganz wichtig, dass wir in Zukunft einfach den Platz, wo wir uns hinstellen, also den Stellplatz natürlich besser aussuchen. Also nicht das Erstbeste nehmen, was kostenlos ist. Klar, man kann immer auf einen Campingplatz fahren, der bewacht ist, der relativ sicher ist, auch wenn da natürlich eingebrochen werden kann. Aber wir wollen nicht jede Nacht für Unterkunft bezahlen oder für einen Campingplatz. Wir wollen uns auch schon mal so kostenlos irgendwo hinstellen, weiterhin. Aber dass wir da den einfach gezielter aussuchen, wo wir uns hinstellen. Also jetzt nicht unbedingt in eine Metropole auf einem unbewaffneten Stellplatz, in einem Ghetto. Ja, Gott, er ärgert mich immer noch über, egal. Sondern einfach dann irgendwo privat, dass man fragt, Mensch, können wir uns bei euch hinstellen, auf dem Bauernhof, auf dem Hinterhof. Wenn man jemandem vertraut, dass man sagt, Mensch, kannst du mal ein Auge auf unser Auto haben? Und da aber, wie gesagt, auch achtsamer einfach so zu sein für die Situation. Dann natürlich auch, was unsere Wertsachen betrifft, die natürlich jetzt nicht im Auto zu lassen. Weil wir haben ja auch gemerkt, die haben ja so viel oder so alles durchwühlt. Auf jeden Fall bringt es nichts, die Sachen im Auto zu lassen, sondern werden den größten Teil auf jeden Fall immer mit am Mann haben. Jetzt haben wir ja eh weniger, das heißt, wir müssen nicht mehr auf so viele Sachen ein Auge haben. Wir wollen uns auf jeden Fall auch in Zukunft mit einer Alarmanlage sichern. Klar, das hätten wir ja schon vor der Reise am besten getan. Wir haben zwar schon mal mit dem Gedanken gespielt, uns eine Alarmanlage zu holen, haben dann aber gleich gesagt, ach nee, es kostet ein paar hundert Euro, das haben wir jetzt nicht, stecken wir lieber in die Reise. So, jetzt sieht man, was da rausgekommen ist. Vielleicht hätte das was gebracht, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt gesagt, wir werden uns eine kaufen. Auch wenn das jetzt vom Budget her leider ganz, ganz schwierig ist und wir natürlich da abwägen müssen, Kostensicherheit. Aber wir haben gesagt, das ist es uns jetzt einfach wert und wir schauen da einfach jetzt nach einer, die passt. Noch eine Konsequenz, die wir jetzt so ziehen ist oder die Lektion, die wir gelernt haben, klar sicherer, vorsichtiger zu sein, aber eben das jetzt auch nicht als Dämpfer zu sehen und als was Negatives, was uns runterzieht, sondern eigentlich als etwas Positives, weil wir etwas lernen durften auf dieser Reise, vielleicht, wie gesagt, vor Schlimmerem bewahrt werden und so möchten wir das auch sehen und als Erfahrung abhaken. Ja und so möchten wir jetzt auch dieses Video positiv beenden. Wir wollten euch teilhaben lassen an dieser negativen Erfahrung, weil das auch ein Teil unserer Reise ist, aber ihr braucht euch keine Sorgen machen, uns ist nichts passiert, uns geht's gut. Mittlerweile wieder, wir haben uns nämlich auch einfach ein bisschen abgelenkt, muss ich sagen. Also wir sind ja dann direkt weitergefahren nach Madrid und klar, da kreisten die Gedanken immer noch um dieses Thema, auch weil wir ja nochmal die Scheibe auswechseln lassen mussten und so weiter und so fort. Aber wir haben dann ganz bewusst entschieden, hey, wir lassen uns jetzt unsere Reise und auch den Madrid-Aufenthalt nicht versauen durch diese Scheiße, sondern haben dann wirklich ganz bewusst ein bisschen versucht abzuschalten und haben uns in Madrid wirklich zwei wunderschöne Tage gemacht. Ganz besonderes Highlight, wir haben eine Abonnentin, die Greta, getroffen in Madrid. Schöne Grüße übrigens, Greta. Und Greta hat uns eine Privatführung durch Madrid geschenkt und war mit uns lecker vegan essen. Ja, also es war wirklich ein Highlight nach diesem Schock. War das so schön einfach in Madrid und das hat uns wirklich so ein bisschen abgelenkt. Und ja, die Impressionen aus Madrid, die zeigen wir euch dann tatsächlich auch im nächsten Video und dann auch, wie wir hier in Vejera in Südspanien dann endlich angekommen sind und berichten euch natürlich dann demnächst auch, wie es hier so ist und was wir hier so alles machen. Deswegen, wie gesagt, macht euch keine Sorgen um uns. Lernt vielleicht aus unseren Erfahrungen oder vielleicht seid ihr auch einfach schon schlauer und dann schreibt uns mal eure Tipps. Vielleicht habt ihr ja auch mal bittere Erfahrungen gemacht, aus denen ihr gelernt habt. Teilt das gerne mit uns. Vielleicht bewahrt uns das vor dem einen oder anderen Unglück. Ja, demnächst, wir werden ja noch ein bisschen länger unterwegs sein. Teilt uns das gerne in den Kommentaren mit. Wir freuen uns sehr über euer Feedback. Ja, und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Video. Wir sind weg. Wir sind weg.